Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Israel Adesanya wurde am Mittwoch auf einem New Yorker Flughafen festgenommen und kurz inhaftiert, nachdem er versucht hatte mit einem Schlagring durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Warum er diesen dabei hatte und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Nach Angaben der Port Authority Polizei wurde der ehemalige UFC Champion heute um ca. 13.57 Uhr internationale Zeit, dort natürlich mittags, nachmittags in New York City, wegen Besitz eines Schlagrings verhaftet, so die Behörden. Schlagringe aus Metall oder Plastik sind in New York illegal und der Besitz wird als Vergehen betrachtet. Das mit bis zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe geahndet werden kann. Adesanyas Manager Tim Simpson von Paradision Sports Management gab gegenüber MMA Fighting und diversen anderen eine Erklärung ab, in der er mitteilte, dass der ehemalige UFC Champion bereits wieder auf freiem Fuß sei und sich derzeit auf dem Heimflug nach Neuseeland befindet. Israel wurde von einem Fan ein Geschenk überreicht, das er in sein Gepäck legte, sagte Sims. Als er im Flughafen aufgehalten wurde, hat Israel den Gegenstand schnell entsorgt und mit den Behörden kooperiert. Er hat sich dementsprechend verhalten, sodass die Angelegenheit abgewiesen wurde und er sich auf dem Heimweg befindet. Adesanyas Manager wurde kurz festgehalten, kurz arrested, kurz in die Zelle gesteckt, aber kam dann auch direkt wieder raus. Ja, es ist wirklich eine harte Woche für den Stylebender gewesen. Erst verliert er seinen Titel gegen Alex Pereira, steht 0-3 und dann wird er noch am Flughafen aufgehalten, sodass er letztendlich vielleicht fast seinen Flug oder sogar seinen Flug verpasst hat und den nächsten nehmen musste oder was auch immer, nur wegen des Geschenks, das er von einem Zuschauer bekommen hatte. Das ist einfach verrückt. Israel Adesanya ist sogar jetzt einfach erstmal medizinisch gesperrt, dass er nicht theoretisch den Kampf in Rio de Janeiro nochmal gegen Alex Pereira buchen müsste. Alex Pereira hat darauf reagiert und sich über ihn lustig gemacht und ja, es ist einfach verrückt. Adesanya ist einfach wirklich ein Pechvogel momentan. Ich hoffe, er kommt wieder back on the track. Ja, er hat wirklich ein sehr, sehr großes Herz, hat die Niederlage eigentlich wie ein Mann genommen und ich denke, er könnte auch wirklich einfach nur stärker daraus lernen und zurückkommen. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Was sagt ihr zu dieser ganzen unnötigen Situation? Lasst ein Like und ein Abo, Freunde. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.